Greetings, Earthling! Ich werde mich irgendwelche Scheiße erzählen lassen. Auch nicht von mir. Auch nicht von anerkannten Video-Persönlichkeiten. Natürlich, ich irre mich sehr oft. Meistens täglich, durchschnittlich 20 Mal am Tag irre ich mich. Und das ist noch ohne Dunkelziffer gezählt. Also, Freunde. Selberdenken. Selberdenken ist angesagt. Ja. So wie der Buddha hat es auch gesagt. Nee, nee, nicht mir. Einfach nur glauben und nachlabern. Selber prüfen an der eigenen Verstandeskraft, wenn man sie denn besitzt, wie Kant schon gesagt hat. Siegen wie der Kanthölzer auf der Straße. Das war schon wieder nicht richtig. Fake News, versteht ihr? Und ich würde da nicht immer Wikipedia reicht da auch nicht aus. Da schreibt jeder irgendeinen Scheiße rein. Versteht sie mir? So, ich muss ausmachen. Raus die Maus. Übrigens, hier habe ich noch eine kleine Zugabe. Videofreund kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und heißt Hurenzoon. Hurenzoon. Ha, ha, ha. Äh. Wir hören den Kursan und Katzen. Wir sehen uns bei der hopelessen Kursan der Reiheneacs. Wir sehen uns bei der Theft, wie ich mich in die quadrant consumption gesehen habe. En Hurenzoon zuolph inkludieren zu hoch. Und jaomat ja, wenn wir dann eben bihoner és hier richtig dranzen. aber weil wir hier so sehr tule werden. Und jetzt aber das sind bee starad, Vielen Dank.